Es wird ja prognostiziert, dass bis 2030 tatsächlich jedes Jahr der Markt um über 10% wächst. Ich glaube, das ist was, was wir schon jetzt eine lange Zeit immer wieder hören, auch aus verschiedenen Quellen. Glaubst du, da gibt es nochmal einen Rückwärtstrend? Was bedeutet das jetzt eigentlich für Unternehmen und für das Marketing? Was muss man beachten, was muss man vielleicht auch verändern? Was gebe ich rein, was kriege ich raus? Nur die Fakten. Wie krass ist es bitte, dass sich heute SaaS-Buyer nicht mehr, lange nicht mehr für das beste Produkt oder die besten Features oder den besten Preis entscheiden, sondern für die beste Brand. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcasts. Wir wollen heute über das große Update des B2B-Kaufverhaltens sprechen, denn LinkedIn hat einen neuen Survey rausgebracht über wie tatsächlich Bayer SaaS-Produkte einkaufen, also ganz speziell für unsere Branche. Ich glaube, das ist höchst relevant und höchst spannend, auch die ganzen Insights und Findings hier mal zu analysieren und auch zu reflektieren, dass wir eigentlich darüber denken, was es so für Implikationen hat und natürlich auch für alle unsere Kunden, aber natürlich auch für alle, die jetzt generell gerade im Marketing sitzen und sich fragen, okay, was brauchen eigentlich Bayer von heute? Wie können wir die bestmöglich bedienen, um natürlich den größtmöglichen Impact auch zu erzielen? Du hast die Studie schon durchgelesen, nehme ich an. Was ist denn so für dich der größte Aha-Moment auch gewesen? Um das mal direkt vorab zu nehmen. Ja, ich glaube, Aha-Moment für mich, und da gehen wir sicherlich später auch nochmal dediziert drauf ein, war vor allem das Thema auch, was für eine große Rolle Gen AI schon spielt im Research-Prozess unter anderem, als aber auch das ganze Thema Buying Group, Sales Cycles. Das sind Themen, ich glaube, über die sprechen wir viel hier im Podcast und allgemein sprechen wir auch viel über Kaufverhalten. Und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, weil Marketing muss sich immer an dem Markt orientieren. Und das bedeutet natürlich, das eine ist so das Ökosystem, in dem der ICP lebt, welche Themen beschäftigen den, wie verändert sich die Welt in dem System. Und das andere ist dann natürlich so ein bisschen noch weiter die Zoom-Out-Perspektive, wie entwickelt sich der Markt gesamtheitlich und das Kaufverhalten auch, was dann auch across verschiedenen Industrien etc. auch zu beobachten ist. Und da wollen wir heute ein bisschen weiter drüber sprechen. Einen Menschen möchte ich auf jeden Fall nennen und das ist so ein bisschen die Studienfakten mal vorwegzunehmen, also wirklich zu gucken, okay, mit was für einem Datensatz haben wir es hier eigentlich zu tun. Die Methodology quasi. Genau, richtig, die Studie, wie ist die aufgebaut. Und was interessant ist, ist normalerweise, LinkedIn hat oft Studien, die sehr fokussiert sind auf den amerikanischen Markt. Auch wenn wir jetzt ein Hockey Stack Labs Report hier anschauen oder ähnliches, auch von Gartners allgemein sehr, sehr fokussiert auf Amerika in vielen Fällen. Nicht in diesem Fall, wir haben 56% tatsächlich der Teilnehmenden aus dem EMEA-Bereich, also top aktuell auch für den Dachmarkt natürlich und für in Europa tätige Unternehmen. Und 22% jeweils aus dem APEC und aus dem Americas-Bereich, was, glaube ich, eine hohe Relevanz hier auch für uns darstellt. Und auch der Business-Split ist sehr interessant. Wir haben 32% SMB, das ist in dem Fall definiert als, ich glaube, 10 bis 20 Mio ARA ungefähr. Dann haben wir den Mid-Market-Bereich und auch mit 32% und dann den Enterprise, also wirklich die ganz großen Player. Was ich da spannend finde, um hier einmal einzugreifen, ist, dass quasi very small businesses oder small businesses, also bis zu 10 Mio Umsatz nicht inkludiert worden sind in der Studie. Das heißt, es wurden wirklich nur Einkäufer aus Unternehmen ab 10 Mio Euro Jahresumsatz hier befragt. Ja, es ist sehr interessant und auch das Senioritätslevel ist eigentlich sehr, sehr hoch. Es ist relativ nah aneinander gefächert von Business-Owner bis zu Director-Level nicht weiter drunter. Das heißt, es sind auch wirklich die Entscheidungsträger, die hier befragt wurden. Interessant wäre auch nochmal die Influencer-Perspektive. Die Leute, die am Ende nicht die Entscheidung tragen, aber vielleicht dazu beitragen, dass eine Entscheidung gefällt werden kann und auch die richtige. Letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte, bevor wir in die inhaltliche Diskussion gehen, ist, ich zumindest habe keine tatsächlichen Volumenzahlen gefunden. Also wie viele Leute wurden denn jetzt eigentlich befragt? Es ist alles auf prozentual und relativ zueinander Zahlen bezieht sich die Studie. Was ich ein bisschen schade finde, weil im Endeffekt, wir jetzt nicht wissen, 56 Prozent im Meer, sind das fünf Leute, sind das 50 Leute, sind das 100 Leute. Ich glaube, das wäre nochmal, um auch den Impact dieser Study zu verstehen, sehr gut, um das einzuordnen. Selbst wenn es eine kleinere ist. Und das ist auch so ein bisschen die Vermutung, wenn es nicht angegeben ist, sonst hätten sie wahrscheinlich irgendwie draufgeschrieben, 100.000 Leute wurden befragt, weil das natürlich dann auch was ist, wo man sich bei so einer Studie brüsten kann. Nichtsdestotrotz, was wir glaube ich sehen, ist, dass sehr viele relevante Themen dort aufgegriffen werden und auch wenn wir das cross-referenzieren mit anderen Studien oder auch mit natürlich anekdotischen Geschichten, die wir einfach im Alltag erleben, sind schon viele Aussagen deckungsgleich und teilweise auch vertiefend. Deswegen vielleicht mal an dich gefragt, was ist so dein erster, beim ersten Lesen, was ist so dein Key-Insight gewesen? Ja, also Key-Insight komme ich gleich zu. Was mich erstmal positiv gestimmt hat, ist, wie der Survey anfängt. Und zwar, dass natürlich SaaS immer noch ein starker Wachstumsmarkt ist. Also es wird ja prognostiziert, dass bis 2030 tatsächlich jedes Jahr der Markt um über 10% wächst, was ja schon mal good news sind, auf 383 Milliarden Dollar an Umsatz pro Jahr, was natürlich erstmal natürlich uns zeigt, okay, es ist immer noch viel Musik auch hier drin. Gleichzeitig werden natürlich immer die Anbieter werden natürlich auch immer stark wachsen. Also auch immer noch. Wir haben ja vor zehn Jahren vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Anbietern gehabt. Heute sind wir bei über 30.000. Was schon krass ist, ne? Das heißt, klar, der Markt wächst, aber die Anbieter wachsen noch viel stärker im Vergleich, was natürlich dazu führt, dass die Competition immer größer und härter wird und es immer mehr ähnliche Lösungen gibt oder immer mehr Tools für eine Lösung, immer mehr Anbieter. Und wir hatten ja auch über den Gartner Report gesprochen und ich habe da auch schon in verschiedenen Keynotes drüber berichtet und auch Post, dass Käufer ja heute wirklich, wenn sie auf Suche gehen, schon mit einer Shortlist starten. Das heißt, die haben eigentlich schon, Gartner sagt, vier Vendoren auf der Shortlist, mit denen sie überhaupt dann erst in die Suche reingehen. Das heißt, sie gucken sich eigentlich nur vier an und gucken gar nicht, wer dann noch so drumherum ist in 96 Prozent der Cases. Was die LinkedIn-Studie jetzt rausgefunden hat, ist, dass es vor drei Jahren noch sechs Vendoren waren, die auf der Shortlist waren und jetzt sind wir anscheinend laut LinkedIn nicht mal nur bei vier, sondern bei dreieinhalb. Das heißt, noch ein bisschen weniger. Also die Tendenz ist auf jeden Fall sinkend. Es werden immer weniger Vendoren auf der Shortlist, was ich schon spannend finde. Weil das ja also wieder so ein bisschen impliziert, es geht schon stark Richtung The Winner takes it all. Also die Nordstern-Brands, die in einem Vertical irgendwie extrem stark sind, bekommen halt immer mehr vom Kuchen ab, weil immer weniger Auswahl auf der Shortlist der Bayer steht. Und das impliziert natürlich auch wieder direkt, dass es mehr Konsolidierung geben muss. Also wir haben immer mehr Tools, wir haben den Markt, der wächst, aber nicht so stark, wie die Tools wachsen. Und gleichzeitig hat der Survey auch ergeben, dass natürlich Unternehmen nicht tausend Tools wollen, sondern eigentlich eher weniger Tools, die dann aber mehr abdecken und halt eine gute Integration haben, auch mit verschiedenen Lösungen etc. Und am Ende wollen sie halt die Silos aufbrechen. Genauso wie man irgendwie die ganzen Silos in unserem Marketing und Sales Teams aufbrechen wollen, wollen wir auch die Tool-Landschaft und deren Silos ein bisschen aufbrechen, dass wir eigentlich weniger Tools haben, die aber mehr Lösungen dann auch abdecken. Und das finde ich schon spannend. Gedeutet alles Richtung, es wird immer tougher, mehr Competition. Wir müssen uns noch stärker überlegen, wie können wir wirklich aus der Reihe tanzen und wie schaffen wir es auch bei einer sinkenden Anzahl an Shortlist-Anbietern, auf dieser Shortlist am Ende zu landen. Naja, was ich interessant finde, ist damit einhergehend auch 44% der Befragten sagen, dass die Buying-Komitees, die Kaufkomitees größer werden, weiterhin größer werden. Also immer mehr Leute sind involviert in den Kaufprozess. Und 63% sagen auch, dass die Kaufentscheidung länger braucht, also mehr Zeit benötigt wird. Geht natürlich auch miteinander einher, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Ich glaube, das ist was, was wir schon jetzt eine lange Zeit immer wieder hören, auch aus verschiedenen Quellen. Glaubst du, da gibt es nochmal einen Rückwärtstrend? Also ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, dass es jetzt mehr Tools gibt. Natürlich mehr Auswahl bedeutet, ich brauche auch länger, um dann eine Entscheidung zu treffen. Höheres Buying-Komitee bedeutet, mehr Meinungen werden involviert und mehr Diskussion findet auch statt, was allein schon mehr Zeit kostet. Umso mehr Meinungen quasi einbezogen werden, desto mehr Zeit muss ich aufwenden, um alle irgendwie zu berücksichtigen und zu evaluieren. Ist klar. Wenn wir zur zweiten Entscheidung treffen, geht es schneller, als wenn wir mit komplett Jojava eine Entscheidung treffen. Und das ist natürlich sicherlich so. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die makroökonomische Situation hier einen Impact hat. Das heißt, wenn wir halt in einer Wirtschaft sind, die sich eher in einer Krise befindet, natürlich lassen sich Unternehmen dann mehr Zeit, um eine entsprechende Entscheidung für den Kauf, vor allem in einem höheren Kostenbereich oder Budgetrahmen, dann auch zu treffen. Und ich glaube, das hat hier auch einen Impact. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Trend, dass die Sales-Cycle immer länger werden, jetzt nicht ins Unendliche geht. Also es kann nicht sein, dass es immer, immer noch länger wird, sondern sicherlich hat die aktuelle Wirtschaftslage da einen Impact. Ist ja auch lähmend, oder? Zieht ja auch Ressourcen, so eine Kaufentscheidung. Also verlangsamt ja auch das ganze Unternehmen. Gleichzeitig sehe ich schon auch, dass halt SaaS-Buying mittlerweile so etabliert ist und Unternehmen halt inzwischen an dem Punkt sind, wo sie sagen, für SaaS-Produkte gibt es halt ganz konkrete Policies, ganz konkrete Prozesse, ganz konkrete Regulatorien, wie so ein Einkauf eben ablaufen muss, was vor zehn Jahren noch nicht der Fall ist. Weil da saß was komplett Neues, da konnte man es halt mal kurz durchschieben. Und deswegen wird es genauso wie, wenn man jetzt ein neues Office sich evaluiert oder einen neuen Standort aufmacht oder einen Markteintritt, einen bestimmten Prozess geben, wie man sowas einkauft und es halt zu einer neuen Norm führt. Und das ist halt, glaube ich, gerade immer noch so am Abschließen, weswegen die Sales-Cycle eben in letzter Zeit eben immer länger geworden sind. Ich glaube, hinzufügen würde ich noch, dass es viele schlechte Erfahrungen auch gab in den letzten Jahren, auch gerade wenn es dann um die Integration der Tools geht, wo du einfach nicht den Wert, den du vielleicht sogar auch, dir das Tool vielleicht bieten kann, realisieren bekommst im Unternehmen. Ich glaube, da werden die Leute auch vorsichtiger. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was bleiben wird, nicht nur ein Tool anhand der optimalen Kapazität zu bewerten, sondern eben auch an der realistisch für mein Unternehmen Kapazität. Also was glaube ich auch, wie hoch ist meine Konfidenz, dass ich das Tool gewinnbringend einsetzen kann, die Software. Und was habe ich auch für Ressourcen vom Softwareanbieter selbst, die mich dabei unterstützen, wo, glaube ich, auch noch viel Platz zum Wachsen ist. Ja, 100 Prozent. Und die zwei Findings jetzt aus dem Survey, also auf der einen Seite mehr Leute im Entscheidungsprozess involviert, im Bayern-Komitee, und auf der anderen Seite dauert der komplette Prozess auch länger. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Unternehmen und für das Marketing? Was muss man beachten? Was muss man vielleicht auch verändern? Wie siehst du das? Ich kann mir vorstellen, das ist eher eine Hypothese, was wir jetzt noch nicht mit Daten belegen können, was wir sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass einiges, auch die Verdorenliste wird kleiner, aber die Anbieterliste hast du gesagt. Ja, das heißt, Teile des Entscheidungsprozesses werden schon dann doch in einem kleinen Komitee getroffen und erst dann ab einem gewissen Punkt zieht sich der Prozess dann nochmal, wenn eigentlich schon ein ganz klarer Favorit feststeht. Und es geht dann irgendwie noch darum, die restlichen, vielleicht aus dem Finance nochmal ein Stakeholder etc., das so ein bisschen durchzuboxen. Du als Influencer, also damit irgendwie auch als sekundärer Entscheidungsträger, hast aber schon einen ganz klaren Favorit, weißt auch, okay, diese Software trifft alle meine Anforderungen etc. Ich glaube also so ein bisschen der Vorentscheidungsprozess, der findet schon noch relativ schnell statt. Ich glaube so ein bisschen die Formalien und die Machbarkeit, das zieht sich dann auch weiter. Was natürlich bedeutet, dass, glaube ich, so einfach Brand und das Thema Demand Creation immer noch an Wichtigkeit dazugewinnt. Also jemand möchte schon, bevor er sich diesem internen Prozess aussetzt und die harten Fragen von Finance, vom C-Level Executive Team etc. bekommt, möchte eigentlich schon die Antworten sich zurechtgelegt haben und schon wissen, okay, ich bin darauf vorbereitet. Oder ich weiß, ich kenne das Pricing schon ganz genau zum Beispiel, ist so ein Klassiker. Oder ich habe auch einfach ein sehr gutes Gefühl mit der Brand. Das sagt die Studie nämlich auch, dass einfach das Gefühl, die Appearance von der Software vertrauenswürdig sein muss, damit man selber auch dahinterstehen kann, um diesen Prozess eben zu durchlaufen. Und auch da sehr interessant, wenn es darum geht, welche Faktoren spielen eigentlich die größte Rolle im Entscheidungsprozess, ist das Thema das Bucket Trusted Brand. Auf der ersten Stelle mit 49 Prozent aller Kaufentscheidungen, das ist der wichtigste Faktor. Und Pricing im Vergleich nur 33 Prozent der Zeit. Das heißt, man sieht hier, der Wert, den du bekommst im Verhältnis zum Pricing, hängt auch sehr stark damit zusammen, wie eigentlich deine Wahrnehmung ist von der Software. Und ich glaube, das ist ein Bereich, in dem immer noch wenig investiert wird. Einfach, weil es keinen direkten Return gibt und weil es schwer zu beziffern wird. Und ich glaube, da reden wir viel drüber, wie du halt nicht den einzelnen Klick dann auch auf ein MQL oder auf ein SQL zurückführen kannst. Wird aber immer und immer wichtiger und ich glaube auch dadurch eine riesen Chance natürlich, weil wenn du der oder diejenige bist, die die Marketingstrategie dahin bringen kann, dass solche auch eher im Awareness-Funnel stattfindenden Themen, eher Demand-Creation, auch eine Rolle spielen, auch in der Budgetverteilung, dann sticht man halt sehr leicht heraus, weil auf einmal ist man die eine Brand im Vertical neben allen anderen, die Whitepaper-Ads etc. raushauen, die halt wirklich ein cooles Messaging hat, die wirklich kreative Ads hat. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Moment immer noch, sehen wir noch aktuell nach wie vor, da auch sehr schnell herauszustechen. Ja. Was ich spannend finde und mir zeigt, dass viele der Behauptungen, die wir hier auch in anderen Podcasts folgen, so auf den Tisch packen, in die richtige Richtung gehen, ist, dass eben, historisch war es ja immer so, dass die meisten Unternehmen dort im Marketing aktiv waren, wo der Demand gecaptured worden ist. Also wenn jetzt jemand quasi kaufbereit wird, dass da dann das meiste Budget heinkriegt. Sobald jemand kaufbereit ist, dann jemanden in den Sales-Prozess zu kriegen. Also so quasi in der Mitte des Funnels. Wenn wir uns jetzt aber angucken, was die Studie auch rausfindet, wie wichtig es ist, quasi auf der Shortlist zu sein, wie wichtig auch Brand ist bei der Entscheidung etc. zeigt das nochmal, wie ultra essentiell es ist, gerade in Brand und Demand-Creation zu investieren, um eben auch schon die Leute zu bespielen, die noch nicht ready-to-buy im Markt sind. Und dann aber auch, nachdem jemand gecaptured worden ist, weil der komplette Entscheidungsprozess ist ja viel länger als zuvor. Das heißt, ich muss noch länger in meine Kampagnen investieren, während jemand in der Opportunity-Stage ist. Und auch gleichzeitig mehr Stakeholder abholen. Das heißt, es ist zunehmend wichtiger, Kampagnen spezifisch für die verschiedenen Stakeholdern auch zuzuschneiden. Das heißt, was sicherlich sehr wertvoll ist, wenn man mit jemandem im Sales-Prozess geht, ist zu fragen, hey, wie sieht eigentlich euer Buying-Komitee aus? Wer hat da dann auch quasi einen Beitrag zur Entscheidung? Und sich dann zu überlegen, was haben die für Fragen? Und dann auch im Marketing spezielle Kampagnen genau an diese Person auszuspielen, bis dann die Entscheidung auch getroffen worden ist. Und da eben auch viel länger. Das heißt, man braucht natürlich auch mehr Budget, weil mehr Stakeholder müssen bespielt werden für einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich brauche mehr Budget, um auch die ganze Zeit top of mind zu sein bei den verschiedenen Leuten über den ganzen Zeitraum hinweg. Was ja total logisch auch ist. Das ist sicherlich richtig. Und trotzdem muss man die Strategie natürlich auch immer an so Gegebenheiten wie ACV anpassen. Wenn man größere Unternehmen irgendwie value liefern will mit der Software, dann muss man auch einen entsprechenden ACV dahinter stehen haben, um diese dann langfristigen Marketing-Initiativen auch finanzieren zu können. Was auch nochmal interessant ist oder so, wie wir es zum Beispiel gerade auch aufbauen, das ganze Paid-Ads-Thema auf LinkedIn für einen Anbieter aus dem BGM-Bereich, ist, du hast eigentlich drei Stakeholder. Das ist einmal BGM selbst, das ist eine Unterfunktion von HR. Dann hast du HR. Dann hast du C-Level. Also Decision-Maker am Ende ist dann doch der Executive nach wie vor. Und alle drei haben halt unterschiedliche Needs, unterschiedliche Pains und brauchen auch unterschiedliches Messaging. Wir sehen das auch sehr, sehr stark repräsentiert in der Kampagne und Performance, dass der Executive, was am aller, allerbesten immer funktioniert, ist einfach direkt, sehr klar, auf der Art selbst, im Feed ROI. So, was gebe ich rein, was kriege ich raus. Nur die Fakten. Wenn wir dann zu HR gehen, geht es auch viel um Retention. Da geht es mehr um die KPIs, die das treiben, den ROI. Und bei BGM geht es dann viel um so Activation Rate vielleicht. Oder wie kriege ich meine Leute dazu, auch wirklich irgendwie den Schritt zu gehen und jetzt eine neue BGM-Ausnahme auch wahrzunehmen. Weil ein Problem ist, dass irgendwie Seminare gebucht werden oder, oder, oder und dann nehmen dann vier Leute dann teil an dem Yoga-Seminar und dann wird das unter BGM verbucht. Das hat eigentlich nicht so richtig einen Impact gehabt. Das heißt, Aktivierungsrate für die extrem wichtig. Und alle drei würden auch auf jeweils andere Messaging nicht unbedingt gut ansprechen. Deshalb ist es wichtig, jetzt auch hier dreigleisig sozusagen zu fahren. Wir sehen es auch aus dem qualitativen Sales-Feedback, dass da zurückkommt, hey, der Executive wird niemals der sein, das ergeben unsere Analysen, der am Ende dann die Demo-Forms submitted. Ja, also das ist niemals der Jobtitel dann irgendwie, okay, CEO oder so. Das ist immer ein Assistant oder jemand aus dem HR meistens. Und dann in den Folgesprächen wird der Executive aber relativ schnell in den Sales-Prozess involviert. Deckt, glaube ich, auch so ein bisschen was, was du gerade gesagt hast. Und jetzt ist interessant, dass dann oft, und da fragt dein Sales auch gerne mal nach, so hey, woher kennst du uns eigentlich, so ungefähr. Und dann kommt natürlich immer das Thema, ja, hier mein HR-Verantwortlicher hat das an mich herangetragen. Ich habe auch schon mal eure Ads gesehen. Und dann hilft das natürlich im internen Prozess, wenn jetzt HR auf Executive zugeht und sagt, hey, das ist vielleicht eine Lösung, die sollten wir uns anschauen. Wenn der das schon mal gesehen hat, wenn der auch schon mal eine Assoziation damit hat, dass es auch was ist, was ihm bei seinen oder ihrer Zielen hilft. Und ich glaube, das nochmal zu veranschaulichen, wie man sowas auch aufbauen kann, um am Ende auch von verschiedensten Seiten zu kommen, um diese komplexe Stakeholder-Dynamik auch abzudecken in Ads. Ja, ja, 100 Prozent. Also ich glaube, da wirklich versuchen, mit einer konkreten Ad so wenig wie möglich Menschen zu erreichen, aber die tiefgreifend zu erreichen mit ihren ganz konkreten, persönlichen, individuellen Problemen und Pain-Points, ist halt the way to go. Also gerade wenn ich im Enterprise-Kundensegment irgendwie acht Stakeholder habe im Bayern-Komitee, dann sollte ich halt versuchen, mir herauszufinden, okay, was sind das für verschiedene Personen und was müssen die eigentlich konkret für Fragen beantwortet haben. Du hast es vorhin kurz angesprochen, wie wichtig eigentlich eine Trusted-Brand ist und auch witzigerweise laut dem Survey eine innovative Brand mit 39 Prozent als Grund, warum sich Buyer für einen SaaS-Provider entscheiden. Viel wichtiger noch als Preis, 33 Prozent und Product-Features, 31 Prozent. Wie krass ist es bitte, dass sich heute SaaS-Buyer nicht mehr, lange nicht mehr, für das beste Produkt oder die besten Features oder den besten Preis entscheiden, sondern für die beste Brand, also die vertrauenswürdigste und innovativste Brand. Ja, das macht ja Sinn. Also es deckt sich ja, am Ende sind es auch Menschen, die den ganzen Prozess durchgehen und am Ende auch die Software kaufen. Und eine Brand strahlt natürlich Sicherheit aus. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu berücksichtigen. Es sind sicherlich schon viele Köpfe gerollt, weil die falsche Software-Entscheidung getroffen wurde in Unternehmen. Gerade in großen Unternehmen ist das ein Riesenthema. Es ist ein signifikantes Investment. Es hat signifikanten Einfluss darauf, wie Workflows funktionieren und worauf hingesteuert wird mit den Departments, wer auch immer betroffen ist. Und da möchtest du nicht derjenige sein, der am Ende da die falsche Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, da gibt es sogar ein Saying über SalesForce, dass selbst wenn man sagt, okay, HubSpot oder auch kleinere Anbieter mögen von den Funktionalitäten besser sein, no one was ever fired for choosing SalesForce. IBM. IBM ist es. SalesForce ist für mich schon so eine Trusted Brand. Da kann man es wahrscheinlich schon ähnlich adaptieren tatsächlich. Aber es einfach so groß ist, alle haben SalesForce und wir auch SalesForce gehen. Dann kann es am Ende an vielen Dingen gelegen haben, aber nicht daran, dass sich den Indie-Anbieter genommen hat, der am Ende nicht die Infrastruktur hat, um uns zu bedienen. Ich glaube, deswegen ist Brand auch einfach sehr, sehr wichtig, weil Brand ja auch damit zu tun hat, wie wirkst du nach außen. Und da willst du eben auch groß und stark auftreten und selbstbewusst. Ja, und wenn wir uns überlegen, dass Nummer eins der Entscheidungskriterien wirklich dann auch eine Trusted Brand ist, bedeutet ja, Vertrauen ist eigentlich die wertvollste Währung, das höchste Gut, was wir haben an unserem Unternehmen. Vertrauen gewinnt am Ende des Tages den Entscheidungsprozess. Und die Frage, die wir uns halt immer wieder stellen müssen, auch als Marketer ist, wie schaffen wir es wirklich, diese Vertrauenswährung kontinuierlich und nachhaltig aufzubauen und zu pushen. Und der Survey nennt drei konkrete Dinge, das ist Competence, Consistency und Dependability einmal. Und ein anderer Survey sagt, dass 74% someone like me am meisten Vertrauen schenken. Das heißt, sie beziehen sich auf andere Personen, die ähnlich sind wie sie, die sie sehen wollen, bei der Software, mit deren Content, um halt eine gewisse, okay, ich fühle mich angesprochen, da ist jemand, der ist wie ich. Und so entsteht dann eben starkes Vertrauen, was ich ja auch nachvollziehen kann. Also ich meine, mit welchen Leuten irgendwie hängen wir meistens ab, die halt ähnlich sind wie wir von der Denke etc. Und genauso ist es natürlich auch bei Kaufprozessen, dass wir halt gerne von like-minded people die Software kaufen, weil wir halt uns denken, hey, die haben wahrscheinlich ähnliche Probleme und haben es auch gelöst bekommen etc. Das heißt, der Menschenfaktor ist halt auch super wichtig und zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir die Mitarbeitenden, die Experten in unserem Unternehmen wirklich enablen, rauszugehen in den Markt, Content zu teilen, über das Produkt zu sprechen, über die Themen der Zielgruppe auch zu sprechen und sich am Ende des Tages einfach sichtbar zu machen. Ja, so sieht es aus. Ich glaube, man merkt es auch in jedem Sales-Prozess, wenn man in der Auswahl der Case-Studies, die man präsentiert, dran sitzt oder da kommt ganz oft die Rückfrage, habt ihr auch schon mal mit Maschinenbau zu angearbeitet? So habt ihr da auch eine Case-Study? Auch wenn vielleicht ein großer Teil der Wertschöpfung deckungsgleich ist, unabhängig von der Industrie, wollen die Leute einfach sehen, genau mein Use-Case hat ja schon mal funktioniert. Ich glaube, das spricht auch zum gleichen Phänomen, was du gerade ansprichst und auch die Studie unterstützt das. In dem du sagst, was ist denn eigentlich guter Content, vor allem auch personalisierter Content, also Content, der zu mir, zu meinen Bedürfnissen spricht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage auch, wie wir Vertrauen auch herstellen. Du hast gerade schon über die Building-Blocks gesprochen. Vielleicht magst du die nochmal wiederholen. Competence, Consistency und Dependability. Genau. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen? Wie sieht das in der Praxis aus? Ja, also ich glaube, wenn ich so überlege, wem schreibe ich eine hohe Kompetenz zu, dann sind das halt für mich wirklich Thought Leader in ihrem Bereich, die wirklich immer wieder höchst relevanten, zur aktuellen Zeit zugeschnittenen Content mit neuen Insights publizieren. Wo ich sage, hey, jedes Mal eigentlich, wenn ich da was lese, lerne ich was Neues dazu, was ich so noch nicht kannte. Und das ist eigentlich für mich so die Definition von Thought Leadership. Also Leute, wo ich wirklich hochschaue und sage, hey, die sind wirklich einfach so immer ein bisschen voraus dem Markt oder dem Allgemeinwissen sozusagen über den aktuellen Trends etc. Und das passiert halt durch Educational Content. Und ich glaube eben auch, und das hat auch die Studie gezeigt, dass eben Subject Matter Experts und Senior Executives die einflussreichsten Repräsentanten sind von SaaS Provider dann auf eine Kaufentscheidung. Was eben krass ist, sogar doppelt so einflussreich wie Marketing und wie Sales Personen. Doppelt so einflussreich wie Sales Personen. Das heißt, dass eben Vertrauen nicht durch gute Seller gewonnen wird im Sales Prozess, sondern vor allem durch diejenigen, die eben mit ihrer Thought Leadership Expertise, mit ihrem Educational Content auch rausgehen an den Markt und neue Insights liefern, die eben gerade relevant sind für die Themen, die die Zielgruppe auch beschäftigen. Und ich meine, wir sagen das ja schon länger, aber auch jetzt hier das nochmal schwarz auf weiß mit den ganzen Insights von LinkedIn auch und von so vielen Käufern auch zu sehen, finde ich einfach nur super spannend und zeigt mal wieder, wie relevant Subject Matter Experts sind, wie relevant die auch sind in der Zukunft von Marketing, dass man auf jeden Fall sich überlegen sollte, wer ist eigentlich unser Subject Matter Expert, für welches Produkt und für welche Zielgruppe. Es kann ja auch sein, gerade bei größeren Unternehmen, wenn man Multiprodukt, Multimarket unterwegs ist, mehrere braucht oder kann nicht nur sein, ist auf jeden Fall so und zeigt halt, wie wertvoll wirklich dieses ganze Thema Thought Leadership und qualitativ hochwertige Educational Content ist. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen und wiederholen. Ja, absolut. Du machst, glaube ich, den großen Unterschied, wo wir uns im Dachraum einfach auch noch schwer tun, mit das so nach außen zu tragen, auch für die Expertise, die ja absolut in dem Unternehmen drin ist, in den Faunern und in allen möglichen Team-Membern. Ich glaube, so Schluss, was mich auch noch am Ende, und ich bin am Anfang ein bisschen drauf eingegangen, überrascht hat, war, wie hoch der Anteil ist an Gen.AI, also wie wichtig Gen.AI jetzt schon ist in der Entscheidungsfindung. Das heißt, viel Research beginnt natürlich weiter noch auf Google, aber eben auch zu einem ähnlich großen Teil, und ich suche hier gerade nochmal die genauen Prozentdaten raus, auf Plattformen wie ChatGPT. Ich glaube, auch mittlerweile ist das Feld sehr divers. Also ChatGPT ist ja bei weitem nicht mehr das einzige Tool, was da im Einsatz ist, und wir sehen, dass 54 Prozent der Kaufentscheidungen mithilfe, im Research-Prozess, mithilfe von Generative.AI getroffen werden. Websearch im Vergleich auch 54 Prozent, und Analysts Reports, also wirklich auch nochmal, zahlt ja nochmal wieder auf das Thema ein, Trusted Brands im Endeffekt, weil das kommt meistens von Firmen, werden die rausgegeben, und beauftragt, die eben auch als solche wahrgenommen werden, als Brands, die auch Thought Leadership betreiben. Es sind 55 Prozent, also nur ein Prozentpunkt mehr, aber immer noch auch ein super, super starker Influencer-Point hier. Und dann haben wir mit 48 Prozent noch Thought Leadership from SaaS-Providers, also genau da, wo du gerade auch drauf eingegangen bist, und 41 Prozent abnehmend Business Press, also generelle Presse. Nichtsdestotrotz, und man muss ja ehrlicherweise sagen, diese ganzen Werte sind sehr nah beieinander. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist versuchen, auch überall vertreten zu sein, weil ich glaube, da ist am Ende die Magie drin, und Multi-Channel wird auch immer, immer wichtiger, weil du eben mehr und mehr auch Quellen für deine Recherche zur Verfügung hast, und dadurch natürlich auch nutzt. Also es ist nicht mehr der eine Mensch, zu dem du gehst, weil der kennt irgendwie den Software-Space für HR, und der kann dich beraten auf einer individuellen Ebene, hey, du solltest mit Tool XY gehen, sondern du hast sowohl offline als auch online unterschiedlichste Quellen und Partner, mit denen du dich zusammensetzen kannst, und am Ende deine ganz eigene Meinung damit baust. Und umso öfter du natürlich aus verschiedenen Quellen irgendwie eine Empfehlung kriegst, desto besser. Ja, danke für die Addition. AI, glaube ich, müssen wir nicht drüber sprechen, in aller Munde, super relevant, und natürlich auch für B2B-Buyer relevant, dass AI Teil der Software ist, und auch natürlich viele gute Infos im Research-Prozess durch AI zur Verfügung stehen. Wenn du da draußen die Folge spannend fandest, und ein paar gute Insights mitgenommen hast, ich würde mich mega freuen, wenn du die Folge mit einer Person teilst, wo du sagst, hey, die würde auch profitieren, wenn die das Wissen hat, weil ich bin überzeugt, dass wir alle besseres Marketing machen, wenn wir verstehen, wie sich Kaufverhalten verändert. Und ich meine, wenn wir nicht alle für gutes Marketing stehen, wofür sollen wir denn dann stehen? Und in diesem Sinne, mich würde es freuen, wenn du da die Folge weiterleitest, und ich freue mich auf nächste Woche. Danke, Matze, auch an dich. Bis dann. Danke, dann. Alles gut. Ciao. Ciao.